Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt unzählige Gründe, warum so viele Leute so gerne nach Italien reisen. Zwei davon sind ganz bestimmt. Bein Essen und Mode. Grazie. Und wenn Sie liebe Zuschauerinnen und Zuschauer sich schon gerne vor der Sommerferie ein bisschen südlich einstimmen, dann können Sie das machen, und zwar in ihrem Goethe-Warenhaus. Denn dort geht es jetzt total italienisch zu und her. Legere Eleganz bestimmt in diese jährige Sommermode. Gerade richtig für die, die gerne haben, wenn etwas läuft. Die italienische Mode bringt natürlich auch eine gewisse italienische Lebensart mit sich. Machen Sie sich also darauf gefasst, dass wir Ihnen diesen Sommer besonders häufig nachschauen. Ja, und wenn es dann halt doch einmal nicht so ganz klappt, dann können Sie sich immer noch mit einem feinen italienischen Essen trösten. Die Lebensmittelabteilung von Ihrem Goethe-Warenhaus bietet Ihnen da alles an, was Sie dazu brauchen. Die feinsten Zutaten, die bekanntesten Marken und die beliebtesten Spezialitäten. Und das hier ist das passende Geschirr für ein fröhliches Vegetarata. Es kommt aus dem tiefen Süden von Italien, nämlich aus Apulien. Und es ist besonders beliebt, wegen der handgemalten Motive. Die Italiener sind ja bekannt für ihre Glasse und für ihre feine Kaffee. In Ihrem Goethe-Warenhaus können Sie jetzt das original italienische Zubehör über, wie zum Beispiel ein Glasseautomat, die verschiedensten Espresso-Maschinen oder das Gerät hier, das Praktische, was Sie für die Zubereitung Ihrer selbst gemachten Teigwaren verwenden können. Und was wäre Italien ohne Souvenire? Weltberühmt ist das Glas aus Murano. Das hier ist nur eine kleine Auswahl von vielen handgemachten Stücken, die Goethe-Waren-Stücke aus Italien hat. Sie sehen also mit einem Besuch im Goethe-Warenhaus, da ist man mit einem Bein bereits schon in den Ferien. Und Bella Italien, das heisst jetzt auch im Pfauen Basel, Rifflihof Bern, Kiburg Thun, St. Tannenhof Zürich und in den Goethe-Sity-Warenhäusern von Grenken, Olten, Schaffhausen und Winterthur. Und jetzt schalten wir noch um in die Studienküche. Sie wissen, dass Zitronen, Boulet-Fleisch und Kalbfleisch sehr verfeinern. Wir machen ein Boulet an Zitronen-Sauce. Ein Boulet in acht Teilen zerlegen, würzen und im heissen Öl gut anbraten. Schalotten kurz mitbraten und dann die Fleischteile in eine Gassrolle legen. Den Fond mit Weisswein und Bouillon ablöschen, zum Fleisch gissen und dann im vorgewärmten Ofen schmoren lassen. Nach drei Viertelstunde das Fleisch auf eine vorgewärmte Platte anrichten und warm halten. Zwei Eingell mit Zitronensaft, ein bisschen abgeriebener Zitronenschalen, Senf und wenn Sie Lust haben, ein bisschen Ingwer verrühren. Zum Boulet-Fond gissen und kurz aufwärmen und dann die Soße über das Boulet-Fleisch leeren. Das Boulet an Zitronen-Sauce servieren Sie am besten mit einem trockenen Reis. Das Rezept steht in der Koop-Zeitung dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext auf Seite 270. Einen guten! Und das sind die Koop-Angebote zum Sparren. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. In allen Koop-Warenhäusern gibt es jetzt die modischen Reisetaschen zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel die Reisetasche aus Neilen mit Krinkelgarnitur, 48 cm mit zwei Ausserreisverschlüsse für nur 37,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop Goop Kaffee Jubilor 250 g statt 4,40 nur 93,90 und 500 g statt 8,40 nur 47,90. Goop Kaffee Bonsoir Koffeinfrei 250 g statt 4,35 nur 38,90. Goop Kaffee Wack Jubilor 500 g statt 8,60 nur 67,90. Alle Koop Quark sind jetzt 20,90 g günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Butterzopf an 650 g statt 4,40 nur 32,90. Ein Tiroler Cake statt 3,70 nur 72,90. Und alle die Angebote gibt es jetzt natürlich auch im neuen Koop-Center Tegersheim bei Herisau, wo morgen Morgen neu eröffnet wird. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017